Folge 5 in Resident Evil 5 Darauf hast du nur gewartet Ja, die kann tatsächlich Ich kenn dich doch Ich bin immer noch begeistert, wie viel Spaß mir dieses Spiel macht Ich hab's auch gedacht, das ist okay, ja, dann gucken wir mal Wie gesagt, ich hab das nur einmal Co-op mit meiner Ex-Freundin gespielt, die war echt scheiße Also in Shooter war die echt Hier ist noch ein grünes Grab, brauchst du das? Ähm... Sonst hätte ich zwei grüne, die ich kombinieren könnte Ja, dann kombiniert die Ich müsste mich aber mal... Ah, ich glaub, ich warte noch ein Treffer Weil dann habe ich nämlich einen Erste-Hilfe-Spray und das kombinierte Kräuter-Ding Ähm... Ich mein, grün-grün ist besser und grün-rot ist wie ein Erste-Hilfe-Spray Wenn ich mich richtig erinnere Na, ich glaub, grün-rot ist besser, ne? Ja, grün-rot ist wie ein Erste-Hilfe-Spray und grün-grün ist besser als grün Alter, aber schlecht ist da so Mittelding Immer schön hier die ganzen Früchte kaputt klappen, ne? Ich glaub, der sechste Teil war auch ein bisschen mehr... War der nicht ein bisschen mehr so Action-last? Also... So... Also zumindest die... Was? Vom Szenario her ein bisschen... Ja, ich... Also ich hab den... Den sechsten Teil... Ach shit, der war ein rotes Ah, ja, okay Ich hab den sechsten Teil tatsächlich, ähm, die Leon-Story komplett durchgespielt Mhm... Das war aber auch die einzige, die anderen beiden hab ich keine Ahnung, die überschneiden sich ja ab und zu mal kurz, ne? Aber, ähm, wie die sind... Weiß ich nicht... Mit der Neon-Teil ging eigentlich... Ich hab gehört, der Chris-Teil, der ist ziemlich viel geballert Und vom ersten Teil, keine Ahnung Er war aber gar nicht so schlecht wie jetzt, ähm, der Neon-Teil jedenfalls, wie er da angeprangert wurde Ich fand ihn eigentlich ganz okay Aber werden wir sehen Ich mag's halt tatsächlich, dass der siebte Teil einfach so cool ist Also... Der ist ja so gruselig wieder, ne? Ja Von dem ganzen Rumgeballer wieder ein bisschen weggegangen Ja, warten wir mal ab, ne? Also... Ja gut, das schon auch wieder Die Demo unterscheidet sich ja stark von dem richtigen Spiel Und ich glaub, bis jetzt gibt's halt noch keine richtigen Ersteindrücke, oh... Ich hab einen Smarag gefunden und da unten läuft ein Zombie rum Hast du den Smarag jetzt auch bekommen, obwohl der da unten ist? Ich glaub schon Oh, das war aber ein schwacher Maschinen gewähren wir nicht Nachladen Also, wir müssen uns nur entscheiden, welche Story wir als erstes durchspielen, weil es sind ja drei Ja, da müssen wir gucken, auf was wir am meisten Lust haben Oh, ja, hier ist das rote, ne? Ja Ja, das kann ich jetzt gerade auch gar nicht mitnehmen, weil ich... Ich hab keinen Platz mehr Ja, ich hab noch Platz, glaub ich Ja, ich hab auf jeden Fall noch Platz Ne, ich nimm das jetzt einfach mal, ja Ja, nehm das mal mit Oh, da hängt einer Oh, guck mal da Achso, ich muss den Schlüssel treffen Ich hab da auf seinen fetten Bauch geschossen Hafenschlüssel Oh, verdammt Verdammt Ich hab's gedacht Das ist wieder der Mexikaner Was muss man jetzt machen? Wahrscheinlich, äh, überleben? Nicht irgendwo hinlaufen oder so? Oh, hinter uns ist Dicker Ach, Stampfer, das gibt es hier auch noch Oh, was denn? Wie, Stampfer? Wenn der auf dem Boden liegt, kannst du die so auf den einen schnappen. Oh, voran... Aua... Ich liege am Boden. Was, was, was? Fett... Der ist ja dick, Alter. Oh shit, ich hab... Alter, ich schieße schon die ganze Zeit auf seinen Kopf, der hält echt viel aus. Ich muss mal ganz kurz... Heil dich. Ich sammle mal hier... Ah, genau, die Dicken droppen immer Jubiläen in der Armreife. Oh, da kommen wir durch. Sachen, was am Fenster abgeht, weil da seh ich grad nix. Warte, ich heil mich grad. Äh, lad grad nach, meine ich. Ja, Stampfer. Kann ich den natürlich wieder zumachen? Bist du sicher, dass wir den nur überleben müssen? Ich weiß es nicht, ich glaube ja. Ich meine schon. Hier ist noch alles clear. Ich bin immer so ein Mensch, der sich gerne verschanzt. Das ist doch auch mein Problem bei so Spielen. Ja, nicht, dass wir gegen unendlich Gegner kämpfen. Oh, Pistolenmunde. Ich meine, wir können ja mal rausgucken. Ich schätze mal, die erste große Wetter haben wir jetzt abgeschmettert. Okay. Komm, das war schön formuliert, oder? Abgeschmettert. Ähm, da ist bestimmt irgendwo noch einer da, der irgendwo rumsteht oder so. Oh. Oh, was? Über uns. Oh. Oh. Oh, was ist das Hafentor? Oh, was ist das Hafentor? Ach da hinten. Wie kommt man da zu der Kiste? Ich will zu der Kiste. Schrotgewehrmonie. Wie komme ich zu der Kiste? Da ist die Kiste. Ah, da. Kann ich hier die... Kann man hier nicht drüber? Ich höre zwar immer noch die Mokka, aber ich sehe keinen, der uns irgendwie gefährlich werden könnte. Also will ich jetzt zu dieser Kiste. Okay, ich verstehe vielleicht vom Dach aus. Ja, ich bin ja auch gerade auf dem Weg. Wenn da schon eine Kiste ist, dann sollten wir die auch mitnehmen. Wie kommt man nach die Kiste? Ist das schon nach oben? Ja, aber ich komme nicht auf diesen Vorsprung hier. Was ist dieser scheiß Zaun vor? Das könnte man theoretisch gesehen... Springen? Ne, na scheiße. Tja, das ist jetzt doof gelaufen, Leute. Ich hatte gedacht, man könnte hier irgendwie... Aber zu einer Sache probiere ich noch. Die Mucke geht zwar immer weiter hier, aber irgendwie scheint kein Geknema da zu sein. Oder... Irgendwo ist einer, den wir nicht sehen oder so. Ich schalte im Moment relativ... Ruhig zu sein. Wieso komme ich nicht hier drauf? Öh, da ist ein grünes Kraut? Wie kommt man denn da hin? Wo denn? Auf dem überliegenden Dach. Also irgendwie scheint man noch dahinter... Ach, da auf dem Hütchen ist noch einer! Ich sehe ihn! Oh Gott! Der wackelt Pistole! Treffer! Oh, verdammt! Jetzt kommt er angelaufen! Ich könnte schwören, man kommt da irgendwie drauf! Oh, da kommen wir... Ah, ich glaube... Warte, erstmal kann ich das Ding auf jeden Fall noch zerschlagen. Warum ist das... Warum ist mein Fadenkreuz rot, wenn die auf diese Schüssel ziehen, ne? Oh! Da ist er... äh... Schieß mal drauf, keine Ahnung. Habe ich schon zweimal. Tot? Ne... Jetzt ist... Ich hab grad den Kopf zerstammt. Wow! Ich hasse diese Viecher. Fuck, leer. Pistole? Hier ist noch Pistole-Money. Aha! Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Warte... Du hast den... Achso, ich kann den Schuss aufnutzen. Ich glaube jedenfalls, ich weiß, wie... Ich weiß nicht, dass ich noch scheiße da habe. Ich seh auf jeden Fall keinen Gegner mehr. Hier noch... Mal gucken. Ah, vielen Pistolen-Money. Ich seh schon ein Gespenster. Überall seh ich irgendwelches Maragdell oder so. Man kann ins Wasser springen. Ist hier irgendwas, was glitzert im Wasser? Oder warum... Oh ja, Tatsache, ja. Wo denn? Ist auf deiner Seite. Rönt, viel. 400. Oh, grünes Kraut hier. Oh, da kommt noch ein Zombie. Zwei. Drei. Vier. Ah, ich musste gerade kombinieren. Ich hab gedacht, komm nimm's mal. Oh, shit, ich hab aus den Seben Maschinen. Da kann's mir gar nicht drüber gehen. Oh, nein. Langsam wird's besser mit dem Ziel. Weil wir von den Prozenten ja immer ziemlich gut waren, ne? Ja. Oh, da hinten ist noch, glaube ich, einer auf dem Dach mit einer Armbrust. Ja. Fuck, und ein dicker, schwarzer. Kommst du. Achso, ich... Oh, was ist jetzt los? So, du bist zu weit entfernt. Oh, oh, oh. Alter, wie viel hält der denn aus? Hast du den da unten? Ja. Jetzt kommt der dahinten, Treffer runter, warum kommt der Tod? Der Tod, ja Oh! Oh, ok. Hinter dir! Oh! Mach's da, ich mach da Ich hab extra noch geguckt, ob der Tod ist Achso, Shit Die sicherste Anzeige ist immer, das die so hmm, 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 hmm especially Fuck! Achtung! Das allocation ich hab noch Pistolen-Money mehr. Hier ist ein verschiedene Gewehr. Pistolen-Money ist aus. Ich nehm mir hier die Pistolen-Money, weil ich hab nichts mehr. Ja, aber auch nicht mehr so viel Schrot findet. Achtung, da hinten ist nur einer, der mit Fallen schießt. Ach, man kann sich gegen die Wand drücken? Hier ist noch Pistolen-Money im Haus. Man kann sich gegen die Wand drücken, warum erfahr ich das jetzt erst? Hier, warte. Komm mal, ich weiß nicht, ob das hier geht. Hier auf jeden Fall. Wenn ich hier F drücke, dann lehnt ich mich so. Dann kann ich so... Ach, ja, schön. Mit den Spiels dann, äh, genau. Ich glaub mal, ich wollte das noch vorhin angemerkt haben, warum es hier kein Deckensystem gibt. Weil es jetzt auch bei Zombiespielen nicht ganz so schlimm ist. Oh, aber es ist ganz cool, dass es das gibt. Was ist denn der Typ? Da oben auf dem Balkon. Der Heli hilft uns auch kein bisschen. Ach da. Shit. Toll, ich treue mich natürlich sehr schlecht. Ich hab ja keine Pistolen mehr, deswegen... Ah doch, es ist keine Pistolen. ...eine, genau. Oh, fuck. Warte. To, fuck, ich tore meine Pistole. Nene, nenene, nene. Huh chamber đi. Jง weerうううう Oh, baby. Ich sehe ein Emblem. Haps. Hier ist noch ein Maschinengewehr und so. Räựng Baby. Ja, warte. Hinter dir? Da kommt gerade einer. Ah, von hinten. Der ist irgendwie ein... Ach da. Au! Da kommt bestimmt so ein fliegendes... Warte, den mach ich. Okay. Oh, das war's. Tole und Maschinengewehr. So ein grünes Kraut. Maschinengewehr, Pistole... Oh, sch... Ah, ich hab keinen Platz mehr. Äh, hier, warte, ich geb dir mal... ...maneer. Dann geb ich dir... ...noch ein grünes Kraut drüber. Dann kann ich dieses... ...die Pistole, Moni, nehmen. Okay. Okay. Ähm... Ja, ich weiß gar nicht. Oh, was ist denn hier drin? Ein Scharfschützengewehr. Hier ist... Oh ja, und hier ist Gewehr, Moni. Willst du das Scharfschützengewehr? Okay, da muss ich... ...da muss ich aber noch was geben. Ja, ja. Achso, ich hab aber keinen Platz mehr. Ach, scheiß, weil ich hab... Also ich kann mich heilen, dann heil ich mich mit dem grünen Cloud. Ja, dann geb ich dir noch eins. Okay. Und, äh... Weil ich bin einfach nicht so gut mit Scharfschützen, egal in welchem Spiel. Nicht das. Aber warte, dann kann ich dir noch... Dann geb ich dir den Einschusspistolen, Moni, den ich auch überhaupt habe. Dann... Oh, bitte. Ich geb dir einfach noch die Brand. Bitte. Die stackt ja. Ich muss die Moni da draußen aufsammeln. So. Okay. War da sonst noch was im Raum? Achso, ein grünes Kraut. Erdeck mich doch. Nochmal? Halt dich damit im Fall. Ja, gut. Kann ich ja nur das eine aufbrauchen und das nächste nehmen. Ja. Jetzt hab ich... Haben wir immer noch nicht die Kiste vom Anfang. Ich dachte, vielleicht kommt man von hier irgendwie drauf. Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, wie man da hinkommt. Wo bist du? Ja, ich bin nochmal zurückgelaufen, aber... Ist echt nix. Scheiße. Wenn jemand weiß, wie, schreibt es in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen. So. Hier oben warst du schon, ne? Da oben, wo der Ambrust-Typ hier war? Ja. Nee. Achso, nee, nee. Wo ich jetzt bin. So, ja. Ja, kommen wir weiter. Warte, was? Was ist hier hinter schon? Ah, das ist eine Kiste. Oh, da ist... Geld drin. So. Ja, das ist ein Doppelding. Das ist ja mit dem Ende, oder? Vielleicht. Oh nein, es geht jetzt nicht weiter. Okay, warte, dann mach ich nämlich jetzt ne Pause. Okay, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's.